Heyo Leute, Crimex hier, was geht, euer Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute werden wir unser eigenes Autohaus eröffnen, Leute, wir werden Autohändler, wir spielen nämlich heute den Car Dealer Tycoon, Leute, und zwar können wir jetzt hier erstmal so ein Autohaus auswählen, was wir haben wollen, und zwar das Autohaus 1, Autohaus 2, Polizeiautohaus oder Autohaus 3, boah, ich bin ein bisschen am überlegen, was ich cool finde hier, Leute, das Polizeiautohaus ist neu, sollen wir das nehmen, weil es neu ist? Ich hab sogar extra heute mein Lamborghini T-Shirt angezogen, weil wir wollen natürlich heute fette Lamborghinis verkaufen, wisst ihr was, Leute, wir nehmen jetzt einfach mal das Polizeiautohaus, weil es neu ist, ja, dann haben wir hier ein neues Autohaus direkt mal, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, und jetzt würde ich sagen, äh, ich glaube, hier kann man jetzt sein Grundstück wählen, wo man das haben will, hier ist doch eigentlich ganz schön, hier direkt an der Autobahnausfahrt hier, zack, da können unsere Kunden direkt mit ihren neuen Lambos direkt auf die Autobahn brettern, Leute, so muss das laufen, oh, wir kriegen direkt eine Belohnung sogar, okay, sehr cool, okay, äh, was ist das hier, kann man irgendwas kaufen direkt, spezielles Angebot, endet Bugatti Mineral, nee, wir schließen das jetzt mal, wir geben, wir werden gleich noch genug Geld ausgeben, Leute, ihr kennt mich, aber wir fangen jetzt hier erstmal normal an, wir starten hier gerade mit 4.500 Dollar, Leute, und er schickt uns jetzt hier hin, ich glaube, jetzt können wir hier unser, äh, Ding hier bauen, ne, jetzt können wir hier unser Autohaus bauen, zack, Boden, Plattformen, Bürgersteil, oh, äh, unser Geld ist ja schon wieder weg, warum ist denn unser Geld schon wieder weg, wieso, äh, mehr Geld kaufen, okay, Leute, ich glaube, man muss hier direkt Robux ausgeben, äh, ja, gut, dann kaufe ich halt mehr hier, ja, äh, äh, ja, wie viel sollen wir nehmen, Leute, äh, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach mal eine kleine Starthilfe, so eine, weil das muss natürlich auch irgendwo von alleine laufen, aber wir machen mal so eine kleine Starthilfe, 250.000 Dollar, nehmen wir mal als Kredit bei der Bank auf, wie immer, nicht zu Hause nachmachen, Kinder, gebt kein Geld für Videospiele aus, okay, dann hier die Plattformen, ne Wand, also wir sollten hier schon mal ne Wand rum, oh, ne, äh, oh, jetzt hab ich, äh, äh, ich will ja auch nicht hier ein Bürgersteig für 25.000 kaufen, ich will hier erstmal die Wände kaufen, zack, zack, Wand 8, Wand 9, oh, das wird auch immer teurer hier, äh, Wand 10, Wand 11, okay, jetzt ist zumindest hier schon mal, das sieht schon mal ein bisschen hier fertig aus, Leute, ey, das ist ja ein richtig krasser Simulator, hier muss man ja wirklich alles selbst bauen, und jetzt kann man hier Autos noch kaufen, äh, ändern, okay, ein Fiat Multipla, ich will doch nicht ein Fiat Multipla verkaufen, so, wir gehen jetzt hier mal aus dem Baumenü raus, Leute, wir haben jetzt hier eine Verkaufsplattform, und zwar werden hier Fiat Multiplas verkauft, also irgendwie nicht so cool, diese Autos, aber immerhin verdienen wir damit schon manchmal so 50 Dollar, wenn wir so ein Fiat Multipla verkaufen, kann man damit eigentlich auch fahren, oder werden die hier nur verkauft, also hier ist quasi immer mal wieder 50 Dollar verdienen wir damit, ist jetzt irgendwie noch nicht so cool, also ich will hier eher so Lambos und sowas verkaufen, aber wir haben ja auch gerade erst angefangen, ein iCrimax Outdoors wird natürlich hier das krasseste, die wir immer werden, okay, wir müssen uns jetzt hier mal umschauen, was kann man denn jetzt hier überhaupt machen, Leute, hier müssen wir doch ein anderes Auto dann hinstellen können, oder? Hier ist noch so ein Pfeil, der hier hinzeigt, okay, mehr Autos kaufen, ja, das finde ich gut, ich will ja nicht nur so ein Fiat Multipla hier verkaufen, äh, Toyota 400.000, oh, so ein Polizei Autos können wir auch kaufen, Hypercars, boah, der kostet 800 Robux, können wir uns auch gleich mal kaufen, Boah, Hammer, Alter, was können wir hier alles verkaufen, Lamborghini, boah, Leute, was können wir hier alles verkaufen, ich sage euch ehrlich, wisst ihr was, ich will hier ein Luxusautohaus bauen, deswegen werde ich jetzt hier ein Lamborghini für 600 Robux kaufen, Leute, wir drehen direkt durch, statt dass ich mal erst mal normale Autos kaufe, nein, wir kaufen hier direkt diese ganz kranken Dinger, so, den haben wir jetzt in der Garage gekauft, so, okay, warte mal, ich muss jetzt hier nochmal durchsehen, ich bin hier noch ganz neu, Leute, ich weiß hier noch gar nicht so richtig, was abgeht, hä, ah, nee, aber wir müssen die Klasse erst upgraden, okay, Klasse 3, und jetzt können wir nämlich hier den Lambo hinstellen, boah, jetzt wird hier schon Lambo verkauft, okay, der bringt uns aber irgendwie nur 73 Dollar in der Sekunde rein, habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr davon erwartet, hä, so ein Fiat Multipla bringt uns 50 Dollar und der 73, muss ich jetzt ehrlich sagen, verstehe ich noch nicht so ganz, aber gut, äh, okay, wird vielleicht noch, ich bin hier wie gesagt gerade noch Anfänger, wir kommen da rein, ich will auf jeden Fall ein krasses Autohaus hier bauen, nein, ich korrigiere mich, ich will das krasseste Autohaus bauen, so, auch hier, zack, Stufe 3, jetzt stellen wir hier so eine Corvette direkt mal hin, Leute, Starterpack, nee, ich will das jetzt hier nicht kaufen, okay, also wir haben jetzt hier schon eine Corvette stehen, und wir haben einen Lamborghini Aventador SVJ stehen, wie viel bringt die Corvette hier rein, irgendwie gerade gar kein Geld, warum bringt die denn kein Geld hier rein, das verstehe ich nicht, oh, wir können, mit dem können wir rumfahren jetzt, so, alter, wir können hier mit unserem Fiat Multipla mit so einer Schrottmühle rumfahren, also Leute, ich will niemanden angreifen, der das Auto fährt, aber also, so ein Fiat Multipla ist wirklich so, meiner Meinung nach, mit Abstand das hässlichste Auto, was jemals gebaut wurde, also das ist wirklich so ein geisteskrank hässliches Auto, so, hat ja schon, hat ja eigentlich schon fast Kultstatus, jetzt nur die Frage, was ist das denn hier, so ein Rennen wird hier angezeigt, oh, man kann hier Rennen fahren, wie krass ist das denn, Autorennen, oh, Leute, ja, bei einem Autorennen wäre ich dabei, bei einem Autorennen bin ich dabei, sage ich ehrlich, hier kann man eine 4.500 Dollar gewinnen, okay, wir können das Rennen jetzt hier in unserem Fiat Multipla fahren, ist halt nur die Frage, wo fährt man, oh, oh mein Gott, wir brettern über eine Rampe, Alter, der Simulator ist total krass, man kann jetzt hier auch noch Rennen fahren, so, warte mal, wir fahren mal jetzt hier so hin, so, Start, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob wir das mit diesem Fiat machen, komm, wir fahren mit dem Fiat, ist egal, ist egal, Leute, das Problem ist, ich glaube, ich bin hier alleine, hier fährt niemand mit das Rennen, nur einer von zwei, ey, die trauen sich bestimmt alle nicht gegen mich, na gut, Leute, schade, hat es niemand, glaube ich, gegen mich getraut, das Rennen zu fahren, dann machen wir hier mal in unserem Autohaus weiter, wir müssen natürlich hier ordentlich Geld verdienen, Leute, und zwar können wir unser Autohaus jetzt hier mal noch weiter ausbauen, aber mittlerweile ist auch hier alles schon richtig teuer geworden, ne, also wenn ich mir das mal hier so anschaue, Eingangstür, Dekoration, Garagentor, Büro, Möbel, hier, guck mal, was man hier alles kaufen kann, wir sind ja gleich schon arm hier, Leute, Verkaufstisch, Bürgersteig, 25.000, Alter, das ist ja richtig teuer hier alles, Junge, 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 aber wir machen hier mal erstmal diese Verkaufsplattformen nochmal lieber hin, oh nein, 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 Leute, das können wir uns jetzt hier schon nicht mehr leisten, okay, eine Gefängniszelle können wir hier hinmachen, Büros, ey, das ist ja wirklich wie so ein, so ein Polizeirevier haben wir hier, das ist ja voll cool, Leute, okay, können wir hier reingehen, easy, so, also das ist ja auch ein Polizeiautohaus, das macht natürlich Sinn, so, was sollen wir denn als nächstes mal kaufen, beziehungsweise verkaufen, ich bin am überlegen, ob wir mal in so einen, oh, schau mal, sollen wir mal so einen Tesla, komm, wir investieren mal in so einen Tesla, wir gucken uns die Kiste hier mal an, ich habe jetzt einen Tesla gerade gekauft, Leute, den will ich natürlich auch verkaufen, so, Plattform 1, 2, 3, so, hier will ich den Tesla hinstellen, so, perfekt, haben wir einen Tesla hingestellt, und ich glaube, der bringt uns jetzt hier auch schon wieder Geld rein, die Frage ist, ah, doch, 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 hier kam gerade ein bisschen Geld rein, ich wollte schon sagen, bei der Corvette geht irgendwie nichts, aber doch, 69 Dollar, 73 Dollar, das dauert, das dauert aber lang, hier so richtig gutes Geld zu verdienen, ne, guck mal, hier so ein Tesla, 52 Dollar, wie geht das denn hier mal schneller, wie geht das denn hier mal schneller, Leute, also, so ganz sehe ich da jetzt noch nicht durch, ich glaube, wisst ihr was, ich werde hier einfach noch mal mehr Geld kaufen, ich kaufe mir jetzt hier 25 Millionen Dollar, Leute, für 3000 Robux, macht das auf jeden Fall nicht nach, so, guckt einfach mein Video, dann seht ihr, was passiert, also, da müsst ihr ja kein Geld dafür ausgeben, dann kann man sich jetzt auch noch hier so Häuser und so kaufen, aber ist auf jeden Fall ein bisschen anders hier, oh, warte, wir brauchen hier, glaube ich, diese Upgrades, natürlich, Leute, okay, komm, wir kaufen jetzt hier mal ein paar Upgrades, doppeltes Geld kaufen wir uns hier, dann kaufen wir uns hier natürlich den VIP-Rang, für 500 Robux, dann kann man sich hier nochmal so extra Autos kaufen, manches, dann habe ich schon geholt, oh, ein Polizeilambo, oh, das ist ja auch krass, Leute, wisst ihr was, den kaufen wir auch, wir kaufen auch hier so ein Polizeilambo, weil wir haben natürlich hier ein Polizeiauto aus, dann brauchen wir auch ein Polizeilambo, ist natürlich eine ganz klare Geschichte, Leute, boah, ey, Leute, den müssen wir auf jeden Fall direkt mal aufstellen jetzt, so, wir gehen direkt hier hin, den müssen wir direkt hier auf diese andere Plattform hier machen, Plattform 4, so, Klasse 3 wahrscheinlich direkt machen, hier, Polizei, Lamborghini, Aventador, boah, der bringt 144 Dollar jetzt rein, okay, die bringen jetzt alle mehr Geld rein, weil wir jetzt natürlich diesen Geldmultiplikator haben, sehr, sehr wild, sehr, sehr gut, Leute, jetzt haben wir natürlich auch noch 25 Millionen hier am Start, das heißt, wir können unser Autohaus auch direkt mal noch hier ausbauen, zack, 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 Leute, wir kaufen jetzt einfach mal direkt hier alles, wir machen das direkt übelst krass, unser Autohaus, Oh mein Gott, eine zweite Etage haben wir jetzt hier direkt am Start Das ist ja übelst cool So, wir kaufen das mal hier direkt alles durch, Leute Hier die ganzen Plattformen, wo man Autos verkaufen kann Hier draußen Parkplatz, eine Hecke, Badezimmer, Lichter So, Items, wir haben alles gekauft Das gesamte Autohaus haben wir jetzt gekauft hier Oh, und die Farben können wir auch einstellen Okay, das ist natürlich cool So, ne, äh, Themenfarbe Oh, okay Eigentlich hard of hard müssten wir meine iCrimax-Farben nehmen, Leute Haha, ihr kennt doch den Hasen, ne, umgedreht So, und so Wie mein Oberteil in GTA eben ist So, und hier Schriftnamen, wo ist hier der Schrift, wo ist die Schrift, Leute Sehe ich jetzt hier gar nicht Machen wir einfach mal ein Gelb, damit es schön auffällig ist Namen eingeben iCrimax Tuning iCrimax Tuning-Bergstatt, so Boah Das ist doch geil, Leute Ey, nein, Roblox hat ja immer mein iCrimax hier zensiert Ich verstehe das aber gar nicht Paul Berger und iCrimax Beide Wörter sind, äh, verboten in Roblox Weiß nicht warum Dann nennen wir es einfach, ähm Ha, Leute, wir haben es umgangen Ich habe iCrimax mit zwei Einsen geschrieben Haha Boah, Leute, was haben wir denn jetzt hier für ein krasses Autohausbitter am Start Wir müssen uns jetzt hier auch mal komplett umschauen Weil ich habe jetzt hier natürlich gerade mit unserem Geld, was wir uns gekauft haben Einmal, äh, einmal hier alles durchgekauft Wir sind ein bisschen durchgedreht, äh, glaube ich Also ich glaube auch hier bei diesem Simulator ist das richtig viel, wenn man 23 Millionen hat Ich glaube, das ist richtig, richtig viel Weil wir haben gerade für 1,5 Millionen hier das restliche Ding noch fertig gebaut Dann kann man hier diese Autos, die Polizeiautos nehmen Okay, das haben wir ja schon gekauft Boah, wir können uns hier die Polizeikleidung anziehen Wie cool ist das denn? Schauen wir mal hier die SWAT-Kleidung Oh mein Gott Wir können hier einen Knüppel und eine Pfeife mitnehmen Alter Ey, ey, ich kann hier gleich richtig jemanden wegknüppeln Okay, wir gehen jetzt gleich mal raus und werden andere Spieler wegknüppeln Boah, Pfeifen können wir auch Sehr gut, Leute So, dann können wir natürlich aber hier oben auch noch Autos hinstellen Hier haben wir noch so einen Meeting-Raum gebaut Boah, das ist schon stark Das ist schon sehr, sehr stark Wir brauchen auf jeden Fall Lass mal richtig krasse Autos jetzt hier einkaufen Was ist das hier? Gratis-Autos Nee, Gratis-Autos brauchen wir nicht Wir haben genug Geld So, was ist denn hier das Teuerste, was es gibt, Alter? So, was ist hier das Teuerste, was wir kaufen können? Wir haben 23 Millionen Wir kaufen jetzt nur hier den richtig krassen Shit Oh, das ist das hier Echtgeld? Hypercar Okay, den können wir noch Oh, 10 Millionen Okay, die sind ja richtig teuer hier, die anderen Autos Boah, der Bugatti finde ich cool, den kaufe ich Boah, den Lamborghini Sian, den will ich auch kaufen Den will ich auch kaufen Oh, jetzt ist unser Geld schon wieder fast weg Oh, gefährlich Und den können wir noch kaufen Nein, jetzt ist unser Geld schon wieder weg, Leute Oh, Ferrari hätten wir noch gebraucht Wir haben gar keinen Ferrari in unserem Autohaus Boah, wir haben mal richtig heftige Sachen jetzt gekauft Die werden wir jetzt mal kurz hier alle noch reinstellen Wie viele Sorts haben wir oben noch? Drei, vier, fünf Okay, also fünf Autoslots haben wir oben noch Wir müssen die Fahrzeuge jetzt auf jeden Fall alle aufstellen Damit wir natürlich auch gutes Geld verdienen Weil umso mehr Fahrzeuge man hier ausgeschildert hat, desto schneller geht's ja auch So, äh, Plattform fünf Oh, die müssen wir auch noch upgraden Nein Ich hätte nicht mein ganzes Geld ausgeben sollen Oh, ich bin lost, Leute Ich bin auch lost, ne Ich kann die Das sind alles Autos der Klasse 3 Nein, wir brauchen mehr Geld Wir brauchen Ich muss hier nochmal ganz kurz investieren, Leute Wir müssen hier nochmal kurz rein investieren Boah, schon wieder Ey, wie viel Geld hab ich jetzt hier schon wieder ausgegeben 400 Robux, Leute Macht das nicht nach Ich drehe natürlich wie immer ganz durch Aber, Leute, ist ja auch mein Job Ich will ja hier die krassesten Roblox-Videos für euch machen Okay, äh, was können wir noch alles aufstellen? Warte, wie viel haben wir noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs haben wir sogar noch Also wir können nicht mal alle aufstellen, weil wir so viele haben Aber wir fangen erstmal mit den krassen an Wir machen erstmal den hier Ja, den stellen wir auf Sehr gut Das ist gut Dann machen wir weiter Plattform sechs So, hier Level 3 Upgrade Dann machen wir hier nochmal den Lamborghini hin Hier, genau, Leute So, Plattform sieben auch wieder voll geupgradet Dann machen wir hier den Lamborghini Sian hin Sehr gut Oh, Leute, das schmeckt Das schmeckt doch Wir machen richtig viel Geld hier pro Sekunde Oh, den Wie heißt der? Devo Bugatti Devo oder so heißt der irgendwie Stellen wir hier auf Und Plattform 9 Natürlich auch noch hier Volles Level upgraden Volles Rohr Und hier können wir jetzt nochmal einmal so Ja, Bugatti Veyron hinstellen Oder den Mercedes AMG Polizeiwagen Finde ich eigentlich fast cooler Lass den hinstellen Boah Alter Wir haben ein übelst krasses Autohaus, Leute Hahaha Bei uns läuft der richtig Vor allem machen wir jetzt halt auch schon richtig viel Geld hier pro Sekunde Guck mal, das hier immer Bam, 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 bam Bestimmt tausend Ich würde sagen, so mit den Autos unten So ein tausender So 150, 150, 150 sind ja schon fast 500 600, 750 Ja, also wir sollten so ein tausender pro Sekunde hier, glaube ich, machen Wir haben ein sehr, sehr gutes Geld Jetzt nur die Frage ist Wie kann ich denn die ganzen geilen Autos fahren? Wie kann ich die ganzen guten Autos denn jetzt hier fahren? Kann ich die aus der Garage ausparken? So, ich würde jetzt zum Beispiel mal gerne den Polizei-Lambo fahren So, den will ich jetzt hier fahren, Leute Boah Kann ich auch die Sirene anmachen? Wuh Boah, Alter Hahaha Also Leute Wir machen jetzt auf jeden Fall richtig stabiles Geld Ihr seht schon, unser Geld Das wird nicht weniger da oben Boah, ist sehr laut, der Wagen Okay, ich würde sagen Wir battlen uns jetzt mal mit anderen Spielern So, oh, da vorne fährt jemand Was ist das denn hier für eine Schmalspur, Junge? Komm mal her Traust du dich ein Rennen gegen mich zu machen? Oh, der hat aber auch ein LaFerrari Oh, oh Werden jetzt hier mal ein Rennen fahren? Porsche und LaFerrari Die sind ja alle voll gut hier Komm, wir machen einen Track Race Ich bin dafür, einfach einen Track Race zu machen Einfach nur geradeaus fahren Okay, alle anderen sind auch dafür Ich bin jetzt mal gespannt, wer hier von uns der schnellste ist Oh, da kommt sogar noch einer dazu Alter, das ist ein McLaren Senna Was haben die denn alle für heftige Autos, Junge? Ich bin mal gespannt, ob wir damit überhaupt jetzt hier bei unserem, äh, mit unserem Auto mithalten können Sirene an Wiu, wiu, wiu Oh, ja Ja, wir sind schnell Wiu, 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 wiu Alter, let's go Rennen gewonnen 11.000 Dollar Belohnung Das schmeckt Das schmeckt, Leute Bei uns läuft So, einmal Polizeikontrolle Hier rechts ranfahren So, einmal hier rechts ranfahren, Junge Würde ich hier Endstation Hallo, ey Oh mein Gott, okay, mal eine Verfolgungsjagd Hallo, ey Stopp, 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 hallo Einmal rechts ranfahren Einmal rechts ranfahren Na ey, so läuft das hier nicht Oh, warte, ich glaube, die wollen da nochmal ein Rennen fahren Ja, da sind wir natürlich dabei Wow Das sind richtig krasse Leute am Start Oh, da ist gerade ein Rennen im Gang Ja, dann kommt doch mal her hier Traut Ich glaube Ich glaube, wir haben echt ein starkes Auto hier Also, wir haben die hier gerade alle anders abgezogen Die wussten ja gar nicht, wo vorne und hinten ist So, ich bin jetzt aber mal dafür, was anderes zu machen So eine Autobahnfahrt jetzt mal hier Nicht so ein Track Race Bei Track Race haben die anderen ja eh keine Chance Ja, macht mal Lass mal hier so einen Rundkurs machen So, kommt mal alle rein, Leute Kommt rein jetzt hier Ich mache auf jeden Fall gleich wieder die Sirene an Oh mein Gott Alter, der eine hat sogar einen Formel 1 Wagen Okay, Leute Vielleicht brauche ich auch gleich noch einen Formel 1 Wagen So, und es geht los Mit sechs Leuten fahren wir jetzt hier ein Rennen Hier ist ja richtig was los Okay, Sirene ist an Okay, der eine wollte mich hier sabotieren Merkt ihr? Die rammen sich ja da hinten weg Okay, sehr gut, sehr gut Boah, wie wir die alle abziehen Alter, wir ziehen die ja richtig weg Wir sind ja ultra schnell Wir sind ja schon gefährlich schnell hier Das ist, weil ich einen Polizei-Lambo habe Und die anderen haben nur normalen Lambo Digga, die kommen ja gar nicht hinterher Ich sehe die ja nicht mal mehr da hinten So, mal gucken, wie viel Geld wir jetzt hier bekommen Schön durch den Tunnel paisen hier Digga, die wissen ja echt gar nicht, wo vorne und hinten ist Aber ich fahre auch hier wirklich fast flawless War sehr, sehr gut Sehr, sehr clean Ich dachte, der Formel-1-Wagen wäre hier eine Konkurrenz für uns Aber irgendwie Boah, schöner Sonnenuntergang hier Irgendwie ist der keine Konkurrenz für uns Wir müssen mal gucken, ob wir die Autos irgendwie noch krasser auftunen können Dass wir noch schneller werden Das wäre natürlich ganz krass Okay Ich glaube jetzt müsste Außer das sind mehrere Runden Hä, nee, warte Hier waren wir gerade eben schon Ach, das sind zwei Runden Oh Leute, das ist ja schon echt hier langsam ein bisschen langweilig Ich warte mal kurz, wann sehe ich denn die anderen Guck mal, ich chill hier Ich sehe die ja gar nicht mal mehr Alter, ich habe die ja wirklich komplett abgehangen Die Armen Boah, das ist dunkel, aber zum Glück haben wir Zum Glück haben wir hier unsere Sirene am Start Nur ein Nachtrennen Das sind 24 Stunden Rennen hier Ich habe der wirklich Hätte ich hier nicht gewartet Würde ich bestimmt noch einen überholen von den Bummis Die wissen ja wirklich gar nicht, wo vorne und hinten ist Nee, 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 nee Das dauert auf jeden Fall länger als so ein Track Race Ich hoffe, wir kriegen jetzt dafür auch mehr Knete Boah, die fahren aber auch hier wirklich mit 215 Miles per Hour, Leute Das sind irgendwie, kann ich mal was 300 kmh wir die ganze Zeit hier entlang fetzen Das ist schon richtig schnell Richtig, richtig schnell Und ab ins Ziel, Leute Wuhu 24.000 Dollar, das Doppelte wie ein Track Race Aber ich glaube, rein vom Geld her lohnt es den Track Race mehr Guck mal, wo bleiben denn die anderen? Wo bleiben denn hier die anderen, bitte? Guck mal, da, da Jetzt kommt erst der nächste Obwohl ich sogar gewartet habe Aber sie sind ja wirklich komplett verloren, ey So, komm, wir fahren mal wieder zu unserem Auto raus Ey, Leute, wisst ihr, was ich jetzt erst checke? Wir sehen ja hier unten auch so Einbrüche Die liegt an der Tankstelle Da müssen wir jetzt direkt hin, Leute So, Sirene an, let's go So, da vorne 3000 Meter entfernt Wir fetzen da jetzt direkt hin Da ist ein Räuber, der die Tankstelle überfällt Aber nicht wenn Ey, Crymex hier, Officer Crymex ist In der Stadt Boah, wie weit das hier noch rausgeht Das wusste ich gar nicht Dass das hier so groß ist So, zack, jetzt sind wir gleich da Hier wird keine Tankstelle ausgeraubt, Junge So, zack, wisst ihr was? Wir parken direkt seinen Fluchtwagen zu So, jetzt kann der nämlich gleich sehr schlecht abhauen Ah, ey, was soll das denn? Äh, okay So, jetzt gehen wir hier rein Schlagstock hab ich Oh mein Gott Alter, was ist denn hier passiert? Hier wurde ja voll die Tankstelle auseinander genommen Wir müssen hier hinten durch Wie kommen wir denn da durch, Alter? Ey, wie kommt man hier rein? Da hinten ist der Räuber drin Aber hier ist alles verwüstet Hier durch die Besenkammer Noch eine Minute 27 Zeit So, ich glaub, jetzt sind wir da So, hier Räuber Festnehmen Du kriegst direkt mal ein paar Knüppel, Alter Oha Oha 6.000 Dollar dafür bekommen Wir haben schon jetzt wieder fast eine Million Haha Bei uns läuft ja richtig Und das Krasse ist ja, Leute Wir können noch mehrere Autohäuser bauen Also das Polizeiautohaus ist jetzt das Erste Aber wir können noch mehr Sachen machen Und ich glaub, da kriegen wir dann auch noch mehrere Jobs Also würde ich sagen, Leute Wir springen jetzt hier mal noch drüber Wow Wenn's euch gefallen hat Dann lasst jetzt auf jeden Fall ein Like und ein Abo da Wenn ihr davon mehr sehen wollt Und dann würde ich sagen Bis dahin Rote Reihen, Leute Euer Crymax Bis zum nächsten Mal